hallo und willkommen zum ersten video heute leute heute kommen die nächsten aufgaben von diesen dings hier in paar sekunden leute die holen uns natürlich ab dann kriegt man endlich den zweiten stil leute richtig nice mir gefällt das und wir gucken und sehen uns dann einfach gleich wieder wenn wir bei der ersten level marke angekommen sind leute so leute die erste level up marke ist hier oben tatsächlich auf der karte könnt ihr ganz leicht finden hier oben brutal baschend rechts nach oben richtig nice wir holen uns jetzt erstmal ab und dann sehen wir uns dann einfach gleich wieder leute so leute da sind wir die erste level up marke ist hier irgendwo motor hier ist in du der wird wahrscheinlich jetzt auch die level up marken suchen die nächste ist tatsächlich hier oben müssen da hoch leute oh mein gott das lag gerade schon wieder es tut mir leid leute eigentlich komischerweise in folgen lag das nie so oh mein gott alter hallo ich will nur meine level up marken sammeln nicht schießen mann und einfach die level up marken hier oben oh gott eieieiei dann gehen wir hier runter da hinten sehen wir die nächste brauche ich eieieieiei oh gott ok leute das war ein ultra fail gerade das tut mir eigentlich jetzt ultra leid aber ich meine ihr seht es ja eh zusammen geschnitten ähm kann ich durchrutschen ja ich muss zum oh ha 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 was ist denn heute los sonst habe ich nie die probleme leute glaubt mir so der nächste habe ich schon gesehen gerade der müsste hier vorne gleich auf dem berg sein leute da sieht ihr es da vorne quasi einfach nur geradeaus eigentlich vorne jetzt am besten nicht getötet werden weil wir müssten auch die folge rechtzeitig online bekommen leute heute 16 kommt noch ein video tut mir leid dass ich letzte woche beim bei den aufträgen nicht reden konnte meine stimme war ja weg aber ich wollte trotzdem für euch das video aufnehmen entfernt das nächste ist da hinten auf dem berg Eiei jajajajaja was ist denn ojojojojoj Leute glaubt mir irgendwas ist heute mit mir los wir müssen zu ihnen nur noch insgesamt zwei Eun exactly dann haben wir es auch geschafft das nächste ist ja gleich hier vorne dann holen wir uns noch das letzte ab und dann haben es geschafft Doctor Da lang und wo jetzt Oh, warte, hier ist jemand Weg kurz Mal kurz auf die Map gucken Ah, hier hinten Okay Hier hinten müssen wir hin, Leute Auf dem Berg ist die letzte Werbmarke Und wir holen uns ab und dann haben wir den Zweitens, beziehungsweise die drei Stile Einmal reaktiv und Nicht reaktiv Oh Leute, ich bin jetzt einfach Müsste doch die letzte gewesen sein Hier ist noch eine, sorry Tut mir leid, ich hab mich vertan Hier oben ist noch die letzte Hier ist die letzte Jetzt haben wir den Stil 419, Alter Schreibt mir gerne mal euer Level in die Kommentare Würde mich interessieren Und dann sehen wir uns einfach gleich bei den neuen Stil, Leute Ich will den nämlich mal angucken, da oben Habt ihr gesehen, 28 von 28 Wir haben es endlich geschafft Und da ist der Stil Wie gefällt der Stil am meisten, den wir jetzt freigeschalten haben Dann sehen wir uns einfach gleich, bis gleich, Leute Okay, Leute Irgendwie wird er jetzt gerade nicht angezeigt Ich muss ihn anscheinend so anzeigen Einmal reaktiv und einmal nicht reaktiv Hier Nicht reaktiv Ich find das reaktiv richtig nice, Leute Holt euch das auf jeden Fall ab Richtig nice, das gehen, Leute